Die Sitzung ist wieder eröffnet. Ich möchte das Wahlergebnis bekannt geben. Abgegebene Wahl des Präsidenten, Vorschlag der Fraktion der SPD, Herr Ralf Wieland, abgegebene Stimmen, 160 Stimmen. Erforderliches Quorum, 81 Ja-Stimmen. Ungültige Stimmen, 0. Ja-Stimmen, 136. Nein-Stimmen, 18. Enthaltungen, 6. So eine An Kaksel. Also, eh jetzt alle gratulieren, trage ich Herrn Wieland. Aber Sie sind gewählt. Nehmen Sie die Wahl an. Dann sind Sie ordnungsgemäß gewählt. Herr älter Präsident dieses Hauses, ich bitte Sie, hier diesen Platz von mir einzunehmen. Herzlichen Glückwunsch noch mal von meiner Seite. Schade, ich habe mich gerade so schön daran gewöhnt, hier zu sitzen. Vielen Dank.